KIS steht für komfortabler, innovativer, spurtstarker S-Bahn-Zug. Er unterscheidet sich zum Schweizer Familienmitglied durch ein kleineres Lichtraumprofil. Im Oberdeck ist es dadurch etwas schmaler. Nach anfänglichen Zulassungsschwierigkeiten fährt die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft, kurz ODEK, seit Anfang 2013 zwischen Cottbus und Wismar und zwischen Ludwigsfelde und Rathenow. Halt in Königs Wusterhausen. Musik Musik 16 KIS gebaut von Stadler fahren bei der ODEK. Zugelassen sind sie für Tempo 160. Das ansprechende Äußere setzt sich innen fort. Im Untergeschoss der Endwagen gibt es Mehrzweckbereiche. Musik Die Höchstgeschwindigkeit ist erreicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020